Hier ist die Vorschau, ich werde lehren, wie du als Frau überwinden kannst jeden Vorschlag und jede Berührung, jeder Gedanke, den der Feind tut, in deine Gedanken. Halleluja, weil der Feind hat keine legale Kraft, dich anzugreifen. Er bewirkt, dass du glaubst an diesen Vorschlag, den er dir vorschlägt und wenn du das in Gedanken annimmst, hast du ihm Autorität und Kraft gegeben dass die Sache dann gegen dich wird. Und am Ende des Tages greifst du eigentlich dich selber an.